Du kannst es. Dich bewegen. Vorankommen. Auf etwas zusteuern. Atmen. Abheben. Aufsteigen. Dich leicht fühlen. Trotzdem den Boden unter deinen Füßen wahrnehmen. Etwas in Rollen bringen. Gleichzeitig das Leben in seiner Fülle erschmeckt. Lebe dein Leben, wie du es magst. Gib deine Stimme der SPD-Rade vorm Wald bei der Kommunalwahl am 13. September. Nahit Stark und Petra Pfeiffer. Deine Kandidatinnen für den Kreistag. Dietmar Stark, der starke Mann im Rat. Thülay Durdu, deine neue Landrätin. Johannes Manns, er muss unser Bürgermeister bleiben.